Nachgedanke Seit der Kindheit hörten wir gewisse Bedeutungen von den Wörtern Gott, Seele, Befreiung und über die Bedeutung der Religion. Später lasen wir darüber, formten Glaubensbilder, die sich in unserer Persönlichkeit einprägten. Wenn man nun das Bhagavatam liest, überträgt man diese eigenen Vorstellungen da hinein. Es ist unglaublich schwierig, sich einzugestehen, dass alles, was man hörte, erfahren hatte und glaubte, nicht Wirklichkeit ist und nur eine Folge eigener Konditionierungen darstellt. Es ist eine schiere Unmöglichkeit, mit nur dem halben zur Verfügung stehenden Alphabet einen Brief zu schreiben. Dies war die Situation von Menschen, denen einen Einblick in das Wesen Gottes geschenkt worden war und die diese dann mit den beschränkten Mitteln der Sprache dieser Welt zu vermitteln versuchten. Es ist nun wesentlich, diese in den Heiligen Schriften niedergeschriebene Erfahrung nicht als das Heilige Selbst zu halten, sondern den Hinweischarakter dieser Texte zu verstehen. Dann beginnt man durch sie hindurch auf das, die eigene Aufmerksamkeit zu richten, auf was sie nur verweisen wollten. Im Bhagavatam 11.12.18 spricht Krishna in einem geheimnisvollen Vers darüber, wie er in dem Klang der Veden manifestiert wird. Durch das Aneinanderreiben von Anzündhölzern entsteht Hitze und als dann auch Funken, die das Holz entzünden. Dann wird dem kleinen Feuer Butterfett hinzugefügt, damit es richtig entflammen kann. Das Reiben bedeutet unsere Auseinandersetzung mit dem Text. Die Hitze, die daraus entsteht, ist ein freudiger Geschmack, die Herzenswärmung, der Funken der heiligen Faszination, Loba, die uns entzündet. Wenn danach das Gie von heiliger Gemeinschaft dazugegeben wird, entflammt die Gottesliebe. Dieses Kompendium ist eine Anleitung zum sich aufreiben mit heiligen Texten. Vielleicht auch freudvoll daran entzünden, um danach aufrichtig und sehnsüchtig nach der Gemeinschaft von selbstverwirklichten Seelen zu beten. Würde man heiligen ohne die in einem selbst initiierte Vorbereitung begegnen, bliebe selbst diese einfach nur auf einer Ebene sozialen Austausches und ohne Entflammung radikalste Umwandlung unseres Wesens. Die Offenbarungsschrift ist eigentlich das Licht, welches die eigene Intuition und die Erfahrungen erst sichtbar machen. In Abwesenheit von dieser beleuchtenden Klarheit ist das, was wir innere Führung nennen, oft nur emotionale Frömmigkeit. Ohne das Verlassen seiner selbst liest man nur die eigene Weltsicht, die eigenen Ideen und Emotionen aus den Schriften heraus. Für dieses Abenteuer hätte wahrscheinlich niemand den Mut, würde man nicht von den direkten Erfahrungen von Heiligen der Vergangenheit, was sich nun als heilige Schrift kondensiert hat, begeisternd entzündet. Die vollständige Weisheitslehre kann nicht allein in Vorträgen und spirituellen Treffen vermittelt werden. Vor einigen Jahren war ich bei einem spirituellen Lehrer, der am Ende einer mehrtägigen Vortragsreihe den Satz sagte, Das reicht nicht. Und er bezog sich auf all diejenigen Menschen, die jahrelang zu Vorträgen tiegelten und sich als Schüler bezeichneten. Es handelt sich um spirituelle Konsumenten, die einfach immer wieder einmal das ihnen Servierte zu sich nehmen. Darin dreht sich noch viel zu viel um den eigenen Emotionalkörper, das eigene Gutfühlen. Das reicht nicht. Das ist noch nicht die Dringlichkeit, von welcher die Heiligen sprechen, alles für die Erkenntnis zu geben. Das Sanskrit-Wort Shushrushu bedeutet, der starke Wunsch zu hören und gleichzeitig auch der starke Wunsch zu dienen. Denn das Zuhören von Gott durch das Medium der Heiligen Schriften ist bereits ein vertraulicher Liebesdienst an Gott. Die rein intellektuelle Auseinandersetzung mit heiligen Texten führt zu innerer Trockenheit und der sentimentale Gotteszugang führt zu einem flachen, nebulösen Mystizismus, der ohne Substanz bleibt. Das heilige Studium enthebt einen aus der gefühlsmäßigen Beliebigkeit, aber auch aus der verstandesmäßigen Sackgasse heraus zu einem Angesprochenwerden von Krishna. Dieses Hören von Krishna zerstört die Nachlässigkeit bezüglich innerer Fragen. Man sieht oft etwas hunderttausendmal, ehe man es zum allerersten Mal wirklich sieht. Christian Morgenstern Das heilige Studium ist ein Erkenntnisprozess, der mit Einsichten nicht immer erst nachträglich geschehen. Alte Gewohnheiten werden einen immer wieder einnehmen wollen. Objektiv aufnehmendes Lesen für einen persönlichen Nutzen oder zur Unterhaltung ist eine solche Angewohnheit. Die Tiefendimension jedoch darf immer wieder neu entdeckt und erschlossen werden. Wenn man reflektiert, sein Leben betrachtet, entdeckt man in der Heiligen Schrift den Widerschein dessen, wie man eigentlich gerade seine Zeit verbringt. Die Schrift wird dann zum Spiegel dessen, was wir selbst erleben und was im Inneren jedes Menschen vor sich geht. Wir machen die Entdeckung, dass sich Gottes Wort nicht nur in jenen fernen Zeiten inkarnierte, sondern auch heute. Und zwar direkt jedes Mal, wenn man das Buch in seine Hand nimmt. In der Rückschau auf das Leben erkennt man in der Offenbarungsschrift die dargereichte Hand Gottes, die inmitten dieser Welt konkrete Form angenommen hat. Beim Eindringen in die Schrift entdeckt man den Charakter Gottes jedes Mal besser. Man wird mit den Gewohnheiten Gottes, mit der Art Gottes zu denken und zu handeln immer mehr vertraut, uns bemüht sich zu denken und zu handeln wie er. Wird die Heilige Schrift meditativ aufgeschlüsselt, worum es in diesem kleinen Kompendium ja ging, dann ist es für die Seele effektiv die gleiche Erfahrung, das Gelesene gehört zu haben oder die Ereignisse direkt mitzuerleben. Mit anderen Worten kann das vertiefte Heilige Studium Teilhabe am ewigen Lila von Radha und Krishna beinhalten. Die spirituelle Übung der Vertiefung in Gottes Worte und sie von verwirklichten Seelen zu hören, kann zur Theophanie werden, zur Gottes Erscheinung auf der Leinwand des Bewusstseins der aufmerksamen Seele. Eine Lehre kann nur von Nutzen sein, wenn sie völlig aufrichtig ist, das heißt, wenn sie gelebt wird im Augenblick. Dort, wo man sie nur noch vermittelt, in oft wiederholenden Worten und häufig ausgedrückten Gedanken, kann sie nicht mehr aufrichtig sein. Aus diesem Grund ist die Lebendigmachung heiliger Texte durch das Heilige Studium so wesentlich. Das Heilige Studium öffnet die Seele für Gott, welche die Geschichte der Seele tiefgründig und irreversibel verändern möchte. Es stellt die zarte Route dar, wie Gottes Wort sich seinen Weg ins menschliche Herz hineinbahnt. Ich verneige mich vor dem Allerhöchsten Gott, Sri Krishna, in dessen Nähe alle Widerstand hinschmilzt. Durch die Meditation über seine Füßung, die Diensthaltung zu ihm entwickelnd, habe ich die Fähigkeit entwickelt, die Heilige Schrift zu studieren, aufzunehmen und wertzuschätzen. Sein Hauch ist es weder Offenbarung. Mundaka Upanishad 2.1.4 Um 1.2.5 Am 3.3.3 Am 5.3.3